Hallo, ich bin Elias von eTraining. Heute zeige ich euch noch ein paar Übungen, die ihr mit haushaltsüblichen Gegenständen machen könnt. Heute haben wir Stühle. So, wir fangen einfach mal an mit Trizeps-Dips. Dafür gehen wir hier auf die Kante vom Stuhl. So, mit den Füßen hier nach vorne, gehen wir nach unten und drücken uns wieder hoch. So, dann können wir noch Dips machen für die Brust. Wir lehnen uns etwas nach vorne und drücken uns nach oben. Dann können wir die Dips auch noch im Sitzen machen, auf einem Stuhl. Genau. Und dann zeige ich euch noch ein paar Liegestützvarianten.